Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir im Thorsten. Ja, ich bin jetzt einen Tag zu spät, aber ich hoffe, die Olympischen Spiele fangen nicht einen Tag zu spät an, denn die sind vom 26. Juli bis 11. August, glaube ich. Und ich denke, in Anlehnung an dieses Event gibt es, ja, eigentlich gibt es, eigentlich ist es im Monat Juli kurz, aber es gibt trotzdem ein Event, natürlich das Unlimited Helden Event. Also wenn ihr das erste Mal eintaucht, dann taucht das hier unten ja so ganz, ganz kurz aus, Helden ohne Limit, wird so kurz eingeblendet und das ist natürlich wirklich, wirklich stark und es hat sich auch genau das rauskristallisiert, was ich mir gedacht habe. Lass die Clash-Spiele beginnen. Okay, ihr seht das hier unter mir mit dem kleinen König, haben wir schon mal begonnen, Clash-Pass und wir bekommen auch, denke ich mal, noch eine Szenerie, eine nette Szenerie, die man hier aber noch nicht so ganz sehen kann und mal sehen, ob wir da wieder zuschlagen. Zumindest gibt es diesmal Zuschauer, allerdings sind das zumindest Clash-of-Grenzfiguren. Ja, aber fehlt natürlich wieder die La-Ola-Welle, würde jetzt jemand sagen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich das gar nicht spielen, sondern ich wollte so ein bisschen natürlich auf den Events rumreiten. Einmal auf dem Event mit den unbegrenzten Helden und natürlich auch auf den Monat. Ich gucke mal gerade, ob das hier schon was Neues gibt. Ja, die Saison, der Clash-Spiel ist da. Es gibt im Monat Juli, ich meine, das ist den ganzen Juli über, dass ihr Helden machen könnt und sie benutzen könnt, während sie upgraden. Ob das so ist, das beantworte ich euch gleich und es gibt ansonsten relativ wenig. Es gibt natürlich die Saisonherausforderungen, es gibt die Clan-Kicks-Liga, die heute anfängt, beziehungsweise jetzt für euch wahrscheinlich morgen. Wir suchen dann heute am Montag und fangen dann am Dienstag an und es gibt natürlich den neuen Pass. Den will ich hier auch mal aktivieren. Zwei Pässe habe ich übrigens noch, die werde ich wieder mal verlosen. Aktiviere ich erstmal den Pass, damit ich meine Goldspende machen kann und hole mir jetzt auch schon die Belohnungen ab. Ne, das will ich nicht. Ich will die vielleicht doch mal nutzen, die Dinger. Und damit haben wir schon mal ein bisschen was getan, aber wenn auch nicht so super viel, ein bisschen Stadtgort holen wir uns auch noch ab. Und dann machen wir eben erst das, was ich am gernsten mache, obwohl 8.100, äh, 8 Millionen ist auch, ist auch wieder teuer. Am Ende kosten sie 7,2, also nochmal eine Mille weniger. Aber okay, so weit bin ich jetzt noch nicht und so weit will ich die natürlich auch nicht vormachen lassen hier. So, das einmal da, einmal da und ihr seht, ich habe auch ein bisschen, ein wenig Mauerringe. Das liegt daran, dass ich noch kurz bevor dieses Event anfing heute morgen, ähm, in den Shop reingegangen bin, also in den Webshop und habe mir noch die nächsten Verbesserungen geholt. Sonst wären das wieder Verbesserungen gewesen, äh, weil auch dort hat die Saison noch angefangen, dann hätte ich erst wieder nur einen Trainingstrang bekommen und so weiter und so fort. Also eher weniger. Und, ähm, ihr seht das auch hier, die, ich wollte gerade sagen, die, die Fratze hier lächelt mich immer an. Also ich kann den Lehrling setzen und ich kann ihn natürlich auch verbessern mit 500 Gems. Ich habe ihn mir erst mal gekauft, damit da unten das Shopding da weg war. Und, ähm, vielleicht kann man ja irgendwann mal gebrauchen, wenn wir denn updaten. Ähm, alles andere ist eigentlich so geblieben. Also wie gesagt, es gibt relativ wenig Events. Wir werden heute in die Klankriegssuche reingehen, beziehungsweise in die, in die Liga reingehen. Ich gucke mal, wie das hier eigentlich so aussieht. Äh, das sieht hier, ja, wir sind mal wieder exakt 16 Leutchen. Ähm, exakt 16 Leute. Obwohl, wir sind gar nicht so viele, ne. Ich glaube, wir, ich glaube, uns fehlt noch ein bisschen was, weil oben der Nachtschatten nicht mitspielt. Nachtschatten spielt oben nicht mit, der ist nicht umsonst rot. Also uns fehlen ja Leute hier. Okay, äh, da muss ich noch mal gucken. Ähm, Ziel ist CWL Aufstieg, ich bin dabei. Naja, wir sind noch zu wenig Leute, das muss ich gleich erst mal tippen. Aber wir gehen noch mal zum Event zurück, denn ich habe extra bei meinen etwas kleineren Accounts, ich glaube Toto war es so ein Becken und, 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 äh, und noch ein anderer, habe ich, ähm, Helden im Ausbau. Ihr seht das, drei Tage, den habe ich vorher schon hingelegt, also quasi direkt nach dem letzten Klankrieg. Und siehe da, er stolziert herum. Ich kann ihn also im Klankrieg, äh, in dem normalen Farm nehmen, trotzdem er updatet. Leute, das ist, das ist einfach, das ist einfach super, 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 super. Ähm, weil das, das ist eigentlich ein Ding, was sich, ähm, was ich, äh, oder was sich die Community eigentlich dauerhaft wünscht. Ich bin mal gespannt, wenn das Event gut ankommt. Das war ja auch fürchterlich schnell gespielt. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, dass es hier so eine Art Ladder gab. Ähm, man kann das jetzt nicht mehr einsehen, aber ihr könnt euch bestimmt an mein Video erinnern. Und damals war es ein Tag, glaube ich, war das Event alt. Da war das schon so beim ersten grünen Balken, also bei einem Tag dieses Event hier. Und ich glaube, nach zwei Tagen war das restlos voll. Das heißt, die 31 Tage super reingespielt von allen, allen Spielern weltweit. Das ist natürlich echt cool. Und deswegen haben wir den gesamten Monat Juli diese Geschichte. Wir können also Liga spielen, wir können Klankriege spielen, ähm, und wir können Helden einfach, einfach so updaten. Und das ist richtig, richtig nice, muss ich sagen. Das ist richtig, richtig nice. Also ihr braucht, ihr könnt sie einfach laufen lassen, ihr könnt sie trotzdem benutzen. Hemd natürlich so ein bisschen jetzt, äh, Heldenbücher zu nehmen. Ähm, es sei denn, ich will meinen Held ganz schnell gelevelt haben, aber eigentlich kann er ja jetzt so easy peasy nebenher laufen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, eins der, der besten Sachen hier in Clash of Clans, die es seit ganz, 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 ganz langer, 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 langer Zeit gegeben hat. Okay, dann gehen wir hier natürlich auch rein. Wenn wir den King schon haben, dann können wir natürlich auch mit Farmen, auch das ist sehr gut. Äh, mein Farmen schränke ich dann auch immer ein bisschen ein. Stobbe hier vom Kommando 0815. Du musst leider dran glauben, mein Lieber. Äh, du wurdest aber schon mal angegriffen, hast aber dann wahrscheinlich nichts mehr befüllt. Ihr seht das hier an dem Rasen. Das ist ein Wurzelzauber gewesen. Okay. Ähm, den Wurzelzauber nehme ich aber nicht mit. Ich würde eher da vorne auf dem Scattershot ganz gerne landen. Würde ich sagen. Eins, zwei, eins, eins. Mal gucken, ob wir auf den Scattershot landen können. Naja, so ein bisschen, oh nee, nicht ganz. Okay, dann landen wir hier. Dann landen wir einfach da in der Nähe vom Scattershot, würde ich sagen. Ist immer noch die gleiche Angriffstaktik, Leute. Ich hatte ja gesagt, die ist einfach eine der besten Taktiken hier im Rathaus. Vor allen Dingen, ähm, elf, zwölf, dreizehn Bereich mit dem Unsicherheitszauber. Das nehmen die auch noch mit. Dann können wir hier unten gleich Richtung das Multi gehen. Da haben wir ein Single Entfernung. Okay, dann gehen wir, gehen wir lieber hier Richtung Multi. Und nehmen den noch mal einen Mauerbruch. Ein King hier mit reingesetzt. Eine Queen mit reingesetzt. Eins, zwei Magier. Und das haben wir schon ein paar Skelete. Da ist nicht so schlimm. Mal sehen, ob wir irgendwo anders dann noch durchbrechen können. Vielleicht da. Aber die müssen jetzt auch erstmal wieder rauslatschen. Okay, jetzt kriege ich jetzt natürlich den Eiskolem da nicht durch. Okay, aber vielleicht kriege ich den King da reingedrückt. Vielleicht bekomme ich den King da reingedrückt. Mal sehen. Der fängt ja erstmal die Adler Artillerie ab. Hier habe ich hier hinten eigentlich noch einen Helden. Oh ja, zwei Helden. Okay, ich habe aber auch zwei Headhunter dabei. Ich zünde den King mal. In der Hoffnung, geht der noch mal rein. Ja, die Queen macht dann noch mal aus für den Eiskolem. Jetzt kannst du mitkommen. Und vielleicht geht die Queen ja auch Richtung Adler Artillerie. Macht sie auch. Sehr schön. Macht sie auch. Damit wird jetzt erstmal ein bisschen eingefrostelt. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr ganz so viel Zeit, leider. Das heißt 123 123 123 123 123. Und wir lassen mal den Hund hier ganz weit fliegen. Ganz weit fliegen. Nehmen einmal die mit hinterher. Und ich würde sagen auch den Royal Champion. Der soll uns dann mal den den Feger vielleicht weg machen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Und jetzt muss ich natürlich auch schon mit meinen beiden Headhuntern hier so ein bisschen renne. Ähm, ansonsten wird das hier nichts. Wir zünden den mal 123. Und hier unten haben wir natürlich noch... Oh, die muss ich mir aufbewahren da unten. Würde ich sagen für den Single Inferno. Ähm, sonst habe ich ein Problem. Wo ist denn eigentlich mein Royal Champion? Royal Champion Mist. Ach, da unten? Bei den Ballons da unten. Okay. Okay, bei den Ballons da unten. Und jetzt müsste der Single eigentlich anfangen zu schießen. macht er auch. Sehr schön. Na, was heißt ja schön. Der bringt mir natürlich mein Royal Champion. Aber ist glaube ich nicht so tragisch. Sollte auf jeden Fall passen hier. Erster Angriff hier auch mit den kleinen Accounts. Hier Richtung Liga natürlich. Ich finde es wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du kannst einfach mal alle deine Accounts auf grün stellen. Kannst mit denen mit in die Liga gehen. Und das finde ich einfach... Ja, super mega. Super mega. Ähm, dass das so... Dass das so möglich ist. Ich muss natürlich jetzt die Mauerbrächer so ein bisschen machen. Klar. Gebe ich dadurch auch ein bisschen Dunkles aus. Aber... Das ist auch nicht so schlimm. Was gab es denn hier gerade? Was hat denn hier gerade aufgeploppt? Äh... Habe ich jetzt gar nicht gesehen, Leute. Ich weiß gar nicht, was da jetzt aufgeploppt hat. Gibt es noch irgendwo ein anderes Event? Ich weiß nicht, was da aufgeploppt hat. Ach, ich habe was geschafft hier. Verwandeln 100 Mal Truppen in Super Truppen. Ui. 30 Gems. Sehr schön. Habe ich gar nicht gesehen. Und ähm... Ja... Dann würde ich sagen... Gehe ich auch mal auf den Avatar hier. Mal sehen. Die ganzen Events sind heute Morgen auch alle ausgelaufen. Also Kleinstadt war ja... Okay, ich erhalte auch hier richtig viel. Ui, 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 ui. Ja, nicht abholen. Ah doch, das Dunkle geht noch abzuholen. Das ist noch nicht ganz so voll, sehe ich gerade. Sehr schön. Da können wir auf jeden Fall weiterleveln. Ich müsste eigentlich noch ein Heldenbuch hier haben. Dass ich hier auch ein bisschen weiterkomme. Richtung... Oh, ich habe sogar noch hohen... Richtung, ähm... Richtung Maxtratus 15. Mit ihm hier. Und ich würde sagen, die zählen ja nicht dazu. Die zählen leider nicht dazu. Sondern nur die Helden. Das heißt, ich nehme erstmal Frosty hier. Ihr seht das, die zählen leider nicht... Glaube ich nicht dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke mal, die... Äh... Ja, der... Der... Der schläft. Also die Pets zählen nicht zu den... Ich nenne es mal so Helden. Aber ich würde ganz gerne den Helden hier fertig haben. Dann haben wir den Frosty auch auf 10 auf Max Level. Sehr cool. Und natürlich müssen wir jetzt für die anderen Level ein bisschen farmen. Keine Frage. Aber es ist ja halt auch eher sehr wenig. Das, was ich jetzt gar nicht gemacht habe... Ich habe jetzt einen Pass gar nicht verteilt an den Avatar. Der Avatar kriegt bei mir immer irgendwo auch einen Pass. Und ähm... Dann soll er das diesmal auch haben. Äh... Ne, nicht da. Sondern da, da. Avatar... Wo are you? Da ist er. Einmal spenden. Die anderen beiden Pässe verspende ich natürlich wieder an euch. Die sollt ihr dann wieder von mir bekommen. Ich kaufe immer vier Stück. Zwei für mich. Und zwei für euch. Ähm... Dann müsst ihr dann halt in die Livekriege reinkommen. Nehme ich mal an. Und dann kann ich den auch gleich aktivieren. Dann... Ich habe hier also auch gleich die 200 Bonuspunkte. Das ist auch mega, mega nice. Muss ich sagen. Seitdem das eingeführt wurde, hier ist das auch eine echt coole Sache. Aber jetzt muss ich hier natürlich auch ein bisschen spielen. In dem Spiel. Und ähm... Wir hatten aber den... Wir hatten ja den fürchterlich guten Skin. Wo ist er eigentlich? Hier der King. Barbarenkönig. Ja. Den habe ich im Moment gekippt. Und natürlich auch den... Irgendwo habe ich auch den Cowboykönig, glaube ich. Irgendwo habe ich auch... Ach nee. Gar nicht wahr. Auf diesen Account hin nicht. Auf Thorsten habe ich alle vier Skins übrigens bekommen. Beziehungsweise einen erspielt. Und drei bekommen. Vielen Dank, liebe Community. Aber der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber eigentlich stand immer dabei, was eigentlich... Was ist legendär? Gold. Achso. Gold, Gold, Gold. Legendär. Der ist natürlich wirklich auch legendär. Der ist Gottkönig. Und der ist Gold. Er ist nicht schlecht mit seinen Fäusten. Aber irgendwo fehlt... Mir fehlt was, was er in der Hand hat. Weißt du? Also... Eigentlich hat er ja immer ein Schwert in der Hand. Und irgendwie fehlt das so ein bisschen. Aber mal sehen. Die anderen... Ich habe das in den Vorschau-Video gesehen. Von Clash of Clans. Dort fehlt ihm allerdings die königliche Gladiatorin. Die war einfach nicht mit dabei. Aber mal sehen. Vielleicht sehen wir sie noch. Und dann geht das hier in Richtung Wochenmitte weiter. Auf jeden Fall bleibe ich am Ball, wenn es darum geht, dass wir hier die Saison spielen. Aber ihr habt ja jetzt gerade gesehen, ich muss jetzt erstmal noch Mitglieder suchen. 2016 oder so. Muss ich mal gucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in weiteren Videos oder beziehungsweise in den Livestreams. Habt noch eine schöne Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clash. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.